Wahrscheinlich war du so nett, dass du so wenig gepennt hast. Kopfschmerzen. Alle Feinde eliminieren. Eventuell, eventuell, aber weil ich mir morgen wach war. Keine Ahnung. Aber weil ich mir morgen wach war. Wann bist du kennengegangen? Sechs. Dann war es um sechs wieder wach. Zwei, drei, irgendwie sowas. Oder hast du die dann noch mal hingelegt? Oder nicht? Warum hast du die dann noch mal hingelegt? Ja, nicht. Weil ich nicht pennen konnte. Oh mein Gott. Es war hellwach um sechs. Super. Moin, Drossdune. Mir geht's ganz gut. Obwohl, ich hatte heute Morgen Kopfschmerzen übelst. Die haben sich aber Gott sei Dank gelegt. Ich glaube, es war einfach, weiß ich nicht, vom Wetter oder so. Und dann war ich den ganzen Tag bei meinen Eltern. Oder waren wir bei meinen Eltern. Oh. Oh. Und ihr... Ah! Also hallo erstmal, Ghost Tropics. Ich range, ich aktuell bin. Wie geht's hier? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin eh frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Kannst du mal aufhören gegen die Wand zu schießen? Ah, ich leg mich falsch. Ich bin auch in der Apex drinne. Die ganze Zeit Crouch spammen. Ich darf nur noch aus der Hüfte schießen. Schönen guten Abend. Was geht's, Hommi? Also, man muss mir denken, ich hab seit eigentlich einer Woche kein Rainbow gespielt. Dafür geht's eigentlich. Was? Oh fuck, warte mal, da muss ich kurz mal ein Elgato neu starten. Ah. Das ist immer am Anfang. Wehe, du pusht mich als Gegner. Ich seh nix. Ah! Ich weiß nicht, von wo. Das ist unfair. Ich würde grad Black scream. Dieser Scheiße. Jetzt muss was gehen. Moin, Jörg. Wie's geht. Spielst du jetzt eigentlich servier oder nicht? Ja. Du. Ich spiel. Oli spielt nicht. Oli, äh, Cook spielt für Oli. Aber du spielst. Ich spiel. Das ist immer das Gleiche. Weißt du, wenn einer bei uns zum Trupp fragt. So, ja, ich kann doch spielen. Ne? Und sowas sofort. Alle sofort. Ja, du kannst meinen Platz haben. Du kannst meinen Platz haben. Cookie immer jedes Mal so. Wollt ihr überhaupt spielen? Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie wollen wir immer auch die Plätze abgeben. Ja. Warum, warum, warum? Keine Ahnung. Nee, Fullscreen oder Platz frei für mich. Äh, tja, jetzt schwierig, weil wir haben um 20 Uhr Despel. Sprich, ähm, ich werd jetzt nicht viel, weiß ich nicht. Also Rang, wenn überhaupt, mit dem Clan ein bisschen einzuspielen. Oder wir machen halt irgendwie, weiß ich nicht. Unranked oder... Ich spiel jetzt erstmal locker, Hannah. Jetzt komm erstmal rein hier. Deswegen spiel ich jetzt erstmal T-Hunt, um mich so ein bisschen wieder einzuspielen. Aber... Ja. Ausrücken jetzt! Deswegen... Jetzt gerade nicht. Vielleicht später. Wenn du Bock hast, weiß ich nicht. So gegen 22 Uhr, bis 24 Uhr hätt ich Zeit. Weil um 24 Uhr bin ich wieder verabredet. Hui, aipaksch. Wir wollen irgendwie zum Dea gehen. Aber bis 24 Uhr können wir gerne machen, wenn du dann noch drin bist. Oh mein Gott, den hab ich gegetet. Ups. Oh! I give you my heart. kein problem ich kann ja ist gut kein stress dann hatte ich versuche den platz freizuhalten ich weiß ich weiß noch nicht ob irgendjemand damit gehen wird oder nicht kann auch theoretisch sein dass wir im trupp also im klaren voll sind im pfeilste weiterspielen natürlich der klaren vorrang ich bin noch nicht hier haben wir noch die runde ich habe noch zehn enemies und ich weiß nicht wo ich will da unten rein warum warten wir eigentlich zu dritt ich wollte den kummer Gegnern, Leute.